Hallo zusammen willkommen zurück zu jQuery heute geht es um diese events hier hinten So also zum beispiel klick ist ein event wenn ich irgendwo hinklicke dann ist es was besonderes und wird als event Bezeichnet und ready ist in dem fall auch ein event wenn auch ein bisschen was komisches werden wir uns gleich Darum kümmern okay also klick ist glaube ich so ziemlich der bedeutendste event wenn ich jetzt hier sagen wir mal Irgendwo drauf also es passiert überhaupt nichts wenn ich jetzt irgendwo drauf klicke dann wird was passieren und zwar Es wird ein paragraf versteckt ja also was hier passiert ist nicht so wichtig das finden wir dann später wenn wir irgendwas Wenn wir irgendwelche effekte selber auslösen wollen Das hier sind die events und es gibt mehrere events die dann quasi dazu führen dass ich code ausführen also dass irgendwas weiteres Passiert okay also also was wir hier haben ist erstmal ein klick event Sprich es passiert nichts solange ich nicht drauf klicke aber wenn ich dann drauf klicke dann wird der code innen drin ausgeführt Das könnt ihr euch so vorstellen falls ihr javascript kennt also nur falls ihr es kennt ansonsten braucht ihr das jetzt gerade nicht aber wir sagen dann hier zum beispiel onclick Ist gleich Und dann würden wir uns eine funktion basteln die das hier tut also genau das Okay Ja in unserem fall müssen wir dann natürlich nicht nur hier dieses onclick reinschreiben sondern auch hier und wir müssten dann Wir könnten es nicht dynamisch ändern sondern wir müssten das wirklich vorher schon in unser okay wir könnten es dynamisch ändern aber es wird ziemlich Aufwendig und so ist es halt deutlich leichter okay Jetzt noch ganz kurz Wie muss ich mir dieses ready hier vorstellen ready ist auch ein event und was bedeutet das naja sagen wir mal ich lade diese website achtet mal hier auf irgendwelche Kreiselnden kreisel so war ziemlich kurz weil es bei mir lokal gehostet wurde Und solange diese website lädt solange diese website irgendwas am downloaden ist also irgendwelche bilder irgendwelche videos die auf eurer webseite habt Solange ist diese website nicht ready das heißt dieser code wird dann nicht ausgeführt das ist aber auch ganz gut denn es kann mal passieren Dass ihr sagen wir mal diesen code hier ausführt bevor ihr irgendwelche listenelemente komplett alle durchgeladen habt Sprich ihr führt einen code aus ihr fügt jedem listenelement eine klickfunktion hinzu Aber danach laden noch weitere listenelemente nach und die haben dann keine klickfunktion mehr Deswegen ist es wichtig dass ihr dieses dollar document ready function davor noch sozusagen Dahin packt damit auch wirklich diese ganzen klickfunktion erst hinzugefügt werden also damit auch wirklich was passiert bei allen elementen nicht Zum beispiel nur bei den ersten 10 bei den anderen 120 passiert nichts mehr Das ist tatsächlich sehr nützlich ready wird sozusagen getriggert wenn die komplette webseite fertig runtergeladen ist Okay jetzt was für events habe ich denn alle zur auswahl also natürlich habe ich klick und ready zur auswahl ich kann aber auch andere sachen machen Und zwar zum beispiel double click also dbl klick heißt das ganze Dann muss ich auf auf irgendein element doppelt drauf klicken also ich klicke jetzt einmal es passiert gar nichts ich klicke aber doppelt und verschwindet hier Doppelklicken passiert nichts außer dass ich es auswählen Aber hier doppelklicken und verschwindet wieder also damit klick schreibt sich hier einfach nur so als dbl klick Okay jetzt was habe ich noch wahrscheinlich also double klick wird eigentlich sehr selten benutzt weil man in der webseite eigentlich selten irgendwelche double klicks macht wenn man damit Denkt man wählt immer irgendwas aus und das möchte man eigentlich nicht Okay was habe ich noch zur auswahl maus enter Und maus enter ist tatsächlich häufiger als man es als man wirklich annimmt Ähm maus enter Also man braucht häufiger als dass man es annimmt so war das jetzt gemeint Ähm maus enter benutzt man zum beispiel ganz gerne wenn man irgendwelche menüs hat das heißt sagen wir mal ich habe hier oben eine Navigationsleiste und wenn ich jetzt mit der maus drüber fahr sprich solange meine maus reinläuft auf dieses element Dann wird mein drop down menü angezeigt und ich kann wieder weitermachen also mit meinen tieferen elementen in dem fall jetzt einfach sobald ich hier drüber fahr Verschwingt verschwindet da und der andere verschwindet auch Okay es gibt aber einen unterschied zwischen maus enter und maus lief maus lief ist sozusagen das gegenstück dazu dann wird euer Ja euer eure drop down leistet zum beispiel nicht mehr angezeigt ups ja okay ich habe es verstanden danke Also sprich ihr fahrt über ein menü drüber es wird euch angezeigt das macht ihr beim maus enter aber wenn ihr wieder mit der maus Wegfahrt von diesem wunderschönen stück dann wird es nicht mehr angezeigt das müsst ihr auch irgendwann triggern sonst wird es permanent angezeigt Und das macht man normalerweise in maus lief also achtung ich fahr auf diesen paragrafen drauf er wird noch super angezeigt es passiert gar nichts ich kann Auch hier rumfahren aber sobald ich mit meiner maus und stückchen weg kommen von dem paragraf wird da verschwinden Ich fahr drauf ich kann hier irgendwas machen aber Achtung Ganz kleines bisschen nebendran und weg ist er ja So funktioniert ein maus lief kann man sich eigentlich denken wenn ihr nicht genau wisst wo jetzt eure hitbox ist also sprich wo bis wohin geht denn Mein paragraf dann könnt ihr euch den paragrafen einfach mal grün markieren oder sowas Dann sieht man das super wie das funktioniert Werden wir entweder in den nächsten paar videos sehen das werden wir dann aber hier in jquery machen oder ihr guckt euch einfach mal kurz meine css videos an die kann Man an einem tag locker mal durch machen das ist absolut kein problem Okay, so jetzt habe ich noch mehr events und manchmal braucht man die tatsächlich Am einer wert zum beispiel maus down maus down und maus ab sind zwei unterschiedliche elemente Die kann ich euch jetzt nur bedingt zeigen sage ich jetzt mal also ich fahre hier drüber es passiert nichts aber wenn ich jetzt meine maus Runter drücke dann verschwindet er wenn ich wieder loslassen also ich muss nicht dazu loslassen ich kann auch meine maus runter drücken und kann jetzt irgendwas weitermachen Mit meiner runter gedrückten maus das gegenstück dazu ist maus ab Da wird der event also wird das ganze erst getriggert wenn ich meine maus tatsächlich loslassen also ich drücke jetzt runter ich kann auch noch Irgendwas markieren aber sobald ich ich kann auch hier runterfahren irgendwas anderes machen aber sobald ich loslassen verschwindet ich kann hier runterfahren egal Wie jetzt aber sobald ich hier loslassen also ich kann hier runterfahren und dann verschwindet das ganze aber sobald ich eben auf den paragrafen loslassen Also sagen wir mal ich drücke ich hier runter jetzt gerade drücke ich runter das sieht man an meinem cursor der verändert sich so ein bisschen ich möchte was markieren So und jetzt ziehe ich meine gedrückte maus irgendwie hier hoch wenn ich hier drauf loslassen dann verschwindet das ganze Ja das ist sozusagen das gegenstück zum maus dauern je nachdem vielleicht braucht es ja mal irgendwann das Weiß ich nicht was ihr braucht aber ja okay also wir haben jetzt hier auch noch mehrere weitere funktionen gleich kommt noch ein paar sehr nützliche die wir Häufig benutzen und zwar einmal haben wir die hava funktion hava ist so was ähnliches wie Eine kombination aus maus lief und maus enter also erstmal maus enter und dann maus lief deswegen braucht Habe auch nicht nur eine funktion hier drin sondern zwei das heißt was wir hier haben ist folgendes ich mache hier mal gerade das so eine Neue zeile wir haben hier eine funktion die geht bis hier So um meine nächste funktion die muss ich hinten dran schreiben das macht man mit einem komma Und dann wieder function und jetzt wird meine nächste funktion angezeigt und jetzt sagen wir einfach dollar bis punkt show Das ist quasi das gegenstück dazu ich mache das hier mal eine neue zeile ok Ja was wir jetzt hier haben ist Ups was ist mit den klammern hier passiert dollar von bis punkt show so Und das hier mache ich auch mal wieder so dass man es einigermaßen wieder lesen kann ok Was wir jetzt passiert ist wir haben hier eine maus enter funktion und wir haben eine maus lief funktion ich zeige euch das ganze mal in Aktion also ich überfahre ein element und es ja es triggert sozusagen hin und her das ist jetzt vielleicht ein schlechtes beispiel Und zwar sobald ich dieses element hier Havere also sobald ich drauf fahren mit meiner maus soll es verschwinden Aber sobald das element nicht mehr überfahren wird was ja offensichtlich automatisch der fall ist wenn es verschwindet dann soll es wieder Gezeigt werden das heißt das baust so ein bisschen hin und her das ist so der ultimative troll sozusagen Wir fahren drüber und dann verschwindet das heißt wir machen automatisch die maus lief und deswegen ist es wieder da also deswegen macht Hier diesen da ja wenn ich meine maus nicht bewegt dann schaffe ich es vielleicht mal ganz kurz aber sobald ich sie auch nur ein paar Pixel bewegt wird der maus enter oder der maus lief event getriggert und dieses hin und her bobbeln geht Ja geht wieder los okay Das heißt nicht unbedingt das beste beispiel da gibt es deutlich schönere Also zumindest also hava benutzt man schon zumindest nicht in der kombination mit height und show das ist vielleicht ein bisschen doof gewesen jetzt Okay, aber was man tatsächlich auch sehr sehr häufig benutzt und das werdet ihr auch von webseiten kennen ist die focus methode am focus Am benutzt man zum beispiel wenn man jetzt sagen wir mal wir haben ein input fällt ich mache das gerade mal ganz kurz hier unten Ich brauche jetzt hier keine form oder sowas machen wir nehmen einfach mal Input type ist gleich was nehmen wir denn hier schön ist type ist einfach ein text und ja das ist es auch schon Okay, wir nehmen jetzt hier einfach mal alle input Und sobald wir diese focusen soll Soll was wunderbares passieren ich zeige euch das ganz kurz noch mal hier wir nehmen uns jetzt hier noch den placeholder Dann sehen wir auch gleich was ich damit meine zum beispiel nehmen wir jetzt hier den vornamen Okay, so was wir jetzt machen ist wir sagen hier drin zum beispiel dass dieser placeholder verschwinden soll Oder nein einfach dass der dass der input geleert werden soll oder sowas dazu Müssen wir erstmal den fehler hier bereinigen logischerweise und jetzt sagen wir hier einfach wir in ihm eine andere funktion nicht mehr die height funktion Da gibt es eine sogenannte wahlfunktion da kann man einfach diesen input hier Verändern den placeholder brauchen wir jetzt auch nicht sorry war einfach nur so damit ihr wisst was ein placeholder ist natürlich war alles beabsichtigt Okay, also value sagen wir einfach mal dein vorname Okay, so Und jetzt haben wir einfach hier sozusagen ganz kurz hingeschrieben wenn wir hier drauf also wenn das ding focus bekommt dann soll es Hier reinschreiben dein vorname naja ist nicht unbedingt jetzt eine wunderbare anwendung als ich würde mich drüber genervt fühlen so ein bisschen Und ja jetzt haben wir hier ich kann irgendwas machen ich kann auch das ding so an markieren oder sowas da passiert gar nichts focus bedeutet Und da waren wir übrigens auch stehen geblieben bei den events focus bedeutet wenn ich ein event wenn ich ein so ein element Anmarkiere sprich ich klick da rein und wir haben hier automatisch dein vorname eingetragen also sowas wäre natürlich auch super da könnt ihr euch auch dann eure eure eigenen javascript addons oder so was für eure eigenen webseiten erstellen das ist ganz nützlich auch so privat so ein bisschen und natürlich wie jedes einzelne Event hat oder wie jeder event hat hier auch ein gegenstück sprich wenn wir den fokus verlieren Das wäre die blur funktion oder der blur event wenn wir den fokus verlieren dann soll ich hier irgendwas reingesetzt werden das wäre auch Ein ziemlicher troll muss ich jetzt gerade sagen ich zeige es euch gerade mal ganz kurz wir aktualisieren und jetzt können wir hier irgendwas eintippen Irgendwas und wenn wir jetzt irgendwas anderes markieren spricht der fokus also dieses wunderbare teilchen hier Verliert den fokus dann wird plötzlich das ganze auf dein vorname gesetzt das ist natürlich ziemlich nervig für den Ah ja aber irgendwie ist es cool also mir gefällt es ich würde das ich würde das unbedingt so implementieren auf eurer webseite implementieren heißt übrigens einfach rein coden Das ist garantiert das worüber sich alle freuen werden okay dann hoffe ich mal es hat euch wieder gefallen und ihr habt so was wie Eine ahnung von events jetzt gut bis zum nächsten mal Ciao